Wir Fans des TSH 1860 München sind etwas Besonderes. Wir stehen immer zusammen. In Freude, aber natürlich auch im Leid. Wir haben seit dem Drittliga-Aufstieg das Grünballer Stadion in 32 von 32 Spielen vollgemacht. So wie es aussieht, werden wir in der laufenden Saison darauf verzichten müssen, unsere Jungs im Stadion zu unterstützen. Wir machen das 60er trotzdem voll. Zwar können wir die Mannschaft beim Spiel nicht lautstark unterstützen. Wir wollen die Situation aber nicht noch weiter verschärfen. Und verzichten gemeinsam für 60 Jahre, uns das Geld für die bereits gekauften Karten zurückzuholen. Und wir kaufen uns Geistertickets und sorgen dafür, dass unser Stadion trotz Geisterspielen ausverkauft ist. Mit dem Rücken an der Wand, aber immer wieder oben auf. Dafür können wir sorgen. Wenn schon unsere Stimme nicht in Giesing sein kann, dann zumindest unser Gesicht. Denn für jeden Rückgabe, Verzicht oder Tackle-Kopf kommt unser Foto ins Stadion. Gemeinsam für 60. 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 Unterstützen wir unsere Löwen bestmöglich. Und schauen, was wir in dieser Saison noch erreichen können. Einmal Löwe. Immer Löwe. Macht das 60er voll. 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 Also Löwenfans, jetzt ab in den Ticketshop und sichert euch eure Karte fürs Grünwalder. Machen wir gemeinsam das 60er voll. Und vor allem, vergesst nicht, schickt uns euer Bild. Alle Infos zur Aktion gibt es natürlich auch auf tsv1860.de.